So, meine Damen und Herren, machen wir euch weiter. So, mein Controller müsst ihr, glaube ich, noch für eine Folge erreichen. Oh, das war sehr toll, die Batterie hier einmal wieder rein. Na komm, gehen wir mal hoch. Also ich weiß, dass... ...der... ...save-Schlüssel... ...auf dem Gelände ist. Der müsste irgendwie hier sein. Ja, genau. Normalerweise käme ich so einen hier rauf. Genau, dann wäre hier einer... ...Stufe 31, wenn man in dem... Äh, wenn man in Level 30 ist... ...und dann würde ich hier einer spawnen, ...der in Halb-Innen-Schupfe höher ist. ...der den Schüssel denn hat. Deswegen würde ich mir empfehlen, ...spielt einfach mal die Story einfach komplett durch. Verzichtet auf alle Nebenmissionen oder sonstige Missionen. Spielt die Hauptstory durch und dann kommt wieder... ...und dann macht den Rest. ...und dann sponnt nämlich hier... ...der Vorarbeiter, den ihr nämlich benötigt. ...und dann könnt ihr... ...den Rest machen. ...weil er spawnt dann nämlich nicht. ...und dann könnt ihr... ...den Rest machen. ...weil er spawnt dann nämlich nicht. Erstmal, äh... ...Erstmal, äh... ...Antreffen. ... sonst kommt der nämlich nicht. ... ich muss jetzt nicht los werden ja wenn manche muss man aufpassen die können nicht wirklich in 23 wirklich richtig hart platt machen deswegen achtet da mal drauf oh 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 Das war's. Kann ich jetzt machen? Das war's für heute. Das war's für heute. Töte 25 mit Hilfe von im Weltgefahren. Töte 25 mit Hilfe von Töte. 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 If I were a Michael, where would I be? Ich habe mich nicht anguckt, der hat nämlich dieses Block los gehabt und ich will wegjumpen. Deswegen habe ich mich immer bewundert, warum der das andere konnte und ich nicht. Da habe ich aber gerade noch mal Glück gehabt. Da hat er einfach einen Schlag zu viel gemacht, obwohl ich nicht wollte. Hier habe ich eine Bergbahn. Da habe ich schon über 300.000 an Geld. Das war's für mich. Das andere Blocken gefällt mir besser. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR Das ist ein Schraub. Das ist ein Schraub. Das ist ein Schraub. Die Tür ist geblüht. Es sollte ein Weg durch die Säge. Vielleicht kann ich auf Mikey's trail auf der anderen Seite. Was weiß ich, wie hat der Bereich? Hier kommt nur Fuß rein. Oh, ich soll da nicht passen sein. Dicke, wo muss ich... Wo muss ich... Jetzt drückt noch mal eine Blase irgendwie. Okay. Was ist das? Geh! Hallo, ich habe erst Hilfe genommen. Oh, was das ist das? Oh, was das? Das ist so klar, der hat mich damals schon aufgeregt. Oh, was das? 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 Was ist das? Ich glaube, du hast eine neue Leading-Lady. Das war's. haben wir teilweise mal einen tatenschlag machen wir haben welche ich hatte noch nicht mal drüber So kann ich ja nicht weiter. Hallo? Ich find's auch teilweise lächerlich, du willst da zwischendurch gehen, weißt du, kannst du nicht, weil deine Hitbox fetter ist als der Durchgang, weißt du? Er ist wirklich ein Geld aus, aus diesen Pitching-Kliften. Ich habe noch einen Schlüssel eingesammelt, ich weiß aber jetzt gerade nicht wofür. Schlüssel 9 bin ich erst und ich mache einen auf 11 Platz. Was geht? Wo geht er? Mehr Fuß. Either he's smart or just plain clumsy. Please tell me you didn't go down there, Mikey. Was geht? Was geht? Was ist das? Was geht? Was geht? Ich habe mich noch nicht wieder. Was geht? Was geht? Was geht? Ah! Ah! Oh! Ah! Oh! 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 Ah! I thought. Oh! 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 Das war's. 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 Das war's.